Der Urlaube macht also weiter, aber ich glaube, das ist eigentlich scheinbar. Okay, noch eine, das wir mir geben. Okay, echt jetzt? Nice. Scherz, Alter. Herzlich willkommen, Leute, zu einer kleinen Challenge, und zwar mit Finn. Und zwar, so sagt sie jetzt, wie sie heißt. Was? So, ja, irgendwie, weiß auch nicht. Hast du gemeint, Backhand-Hand? Ja, Backhand-Irgendwas-Auf-Armschlag-Challenge. Also, wir machen jetzt so eine Challenge, und das funktioniert halt so. Wir... Das riecht... Deine Haare sehen richtig gut aus. Ja, das sieht auch aus. Entschuldigung. Ja, die sehen perfekt aus. Und auch sorry, dass die Video-Credit nicht so gut ist, weil wir nehmen mit meinem Handy auf. Ich bin gerade bei ihm, und wir haben einfach keine professionelle Sachen hier. Ja. Ich kann euch auch mal ein Bild zeigen, wie das hier aufgebaut ist. Ja. Also, ist halt echt nicht professionell. Ähm, na genau, und es ist halt übelst spät, und wir sind müde, deswegen. Ja, genau. Ähm, also, das funktioniert so. Ähm, man darf dem anderen mit der Rückhand oder mit der Vorderhand halt so auf dem Oberarm schlagen. Und, wenn man den anderen schlägt, muss man aber auch noch einen Schlag einstecken. Das heißt, wenn ich ihn schlage, muss er mich auch noch einmal schlagen. Das heißt, ich... Bevor du aufgibst, sozusagen. Genau. Ähm, ja, und, ähm, während, ähm, man geschlagen wird, muss man die Hände auf den Knie haben, so. Genau. Dann machen wir jetzt mal schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Warte mal, schnick, schnuck, schnuck. Ah, däm. Oh, hast du das hier am Stein, gell? Nein, komm mal rein. Warte, ich mach's. Rechte Hand ist sterb, ja. Mach einfach irgendwie, Alter. Sieht man das überhaupt, wenn du... Ja, ich glaub schon irgendwie. Irgendwie wird schon gehen. Wir müssen zurück. Oh, oh. Ah, scheiße. Junge. Okay, komm, um die Knie. Junge. Komm weiter. Oh. Junge. Ach, wie das... Also, wie das geklungen hat. Junge. Ja, das geht noch, sieht man nicht. Ja, ja, okay. Also, wir hoffen, dass ihr das nicht so pussy habt, aus wie wir uns geschlagen. Wir probieren nämlich wirklich hart drauf zu ziehen. Okay, warte. Ah. 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 Junge. Das brennt schon ordentlich. Aber es tut erst nach der Zeit richtig weh, weil ich eine Blauflecke habe. So, komm. Hände drauf. Ich hab Angst. Ah. Juh. Ich guck mal kurz, ob man es noch sieht. Wir haben jetzt nochmal ganz kurz die Kamera drauf verschoben, damit wir uns hier nicht umsonst schlagen. Okay. Du hast mich gerade geschlagen, oder? Ja, okay. Du musst sagen. Okay, warte. Und wer hat hier Angst? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Juck, ne? Ach, meine Hand tut weh. Ich hab dir geschlossen. Ich hoffe mal, es ist alles nicht zu leise, zu laut. Zu leise, denk ich mal. Wenn es zu leise ist, werde ich es noch im Nachhinein bearbeiten. Also. 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 Das tut mir so ordentlich. Jungen, ich hab's nichts. Du bist da durchs... Okay. Ich mach, komm. Ich hab angespannt, das ist nicht so arg gezogen. Oh, Junge. Oh. Oh. Dann zieht ihr rein, wieviel Muskel ich hab. Also gar nichts, ey. Das ist richtig lang. Hier schon nochmal. Ja, komm. Okay, okay. Ach, ich darf ja stimmen. Ja. Ja, zack. Boah, das ist ein Beinste. Ah, meine Hand. Okay. Der trifft ihn eh noch. Hier kommt noch mehr Anlauf, gell? Oh. Du rinnst. Boah, Alter. Alter, Junge. Die war schon krass. Oh, mein Arm ist ab. Okay, das darf ich, gell? Ah, nein. Oh, nein. Gib mir einfach Shell. Komm, das ist Shell-Battle. Ey, enter? Ja, mach, klar. Ja, oder wir machen jetzt weiter, aber ich darf ja sein Shell. Okay, dann eine lassen wir geben. Okay, echt jetzt? Nein. Shit, Alter. Komm mal. Oh, du... Okay, jetzt machen wir weiter. Komm. Ja, komm. Oh, das war nicht zu fehl, Alter. Oh, nochmal, Alter. Oh, das ist weggedreht. Okay, jetzt. Oh. Das war schon wieder irgendwie daneben. Okay, ab jetzt gibt's... Was hat wehgetan, oder? Ab wenn irgendjemand jetzt woanders hinschlägt, dann gibt's ab jetzt zwei Strafstellen. Okay. Nimm noch mehr Anlauf, gell? Oh. Alle, gib jetzt bitte auf. Komm. Oh, der... Oh, der... Oh, der... Junge. Oh, der... 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 Okay. Oh, der... Alter, das ist doch so weh. Ich kann doch ganz nicht mehr auf den Schlag. Darf ich auf linksen schlagen? Ne, das muss überhaupt gleich noch. Okay. Ja, dann tut's mir weh. Oh... Oh... Oh, der... Oh, der... Pamiya, es geht's nicht voll. Oh, der ist komplett rot. Aber es geht noch. Es ist noch nicht so arg rot. Wir können es aber danach in die Kamera zeigen, dass wir jetzt fertig sind. Und, wenn jemand aufgegeben hat... Komm, keine Tüte. Ja, du könntest jetzt theoretisch auch gehen. Ja, du könntest jetzt theoretisch auch gehen. Ja, du könntest jetzt auch gehen. Juhu! Oh, es wird auch gut. Warum bist du so boas alter? Junge, es ist so idiotisch. Ich bin zu viel Dings. TGF. TGF. Kannst dich nicht mehr anspannen? Du kannst doch anspannen, guck doch. Ja, ich komm jetzt aber, es geht so schwer. Das ist okay. Mann! Juhu, was war das nochmal? Schere-Stein-Papier-Extreme, ne? Schere-Stein-Papier-Extreme. Das können wir auch mal auf Video machen. Dann mit mehr Leuten vielleicht auch. Ja, du bist jetzt dran, ne? Ja, komm. Ja, komm. Du bist so tot, Alter. Du kannst auch so sterben jetzt. Guck mal. Hast du das geboxt oder mit deiner Hand geschlagen? Mit deiner Hand hier. Oh, die ist auch schon rot. Meine auch. Das sieht echt noch nicht krass aus. Ja, die Belichtung ist halt einfach kacke. Ja, muss die doch nicht so krass aus sein. Warte, wir können ja mal so. Ja. Mir auch. Okay. Ich darf, ne? Ja. Ja. Junge. Alter. Oh, Alter, wie rot. Das ist roter als deine Schulter. Nein, das ist roter als deine Schulter. Nein, das ist roter als deine Schulter. Die ist schon rot, Alter. Junge. Okay. Das ist noch nicht so krass, ne? Ja, das schmeckt. Alter, ich gebe auf. Ernsthaft? Ja, Alter, komm mal. Leute, das war's von dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Das ist gerade abgebrochen, leider. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das Video ist. Also im Schatten auf dem Gesicht, das sieht nicht so geil aus. Auf jeden Fall ist das Video abgebrochen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie weit das jetzt ging. Auf jeden Fall lasst ein Like da, falls ihr was noch mal sehen wollt. Regeln, zeig nur mal deinen Arm. Ja, ich weiß nicht, was das aussieht. Oh, man sieht's schon. Das sieht auf der Kamera aber nicht so hart aus. Auf jeden Fall, war's das, lasst ein Like und tsch- Wir sehen uns individuals.